Wenn wir schon mal bei der Gamescom sind, müssen wir beide natürlich auch unseren angeborenen Konkurrenzgedanken ein bisschen befriedigen. Patty gegen mich, David gegen Goliath, das Battle der Giganten, Gamescom 2011 ist unser Schlachtfeld. Unser erstes Spiel ist passenderweise das erste kommerzielle Spiel und zwar Pong. Auf geht's! Oh mein Gott! Ja, ich gewinne. Patty verliert. Die erste Disziplin ist vorbei. Ich glaube, wir haben einen fairen Sieger. Ich bin einfach immer noch mehr retro als Patty. Er will's nur nicht einsehen. Auf zur nächsten Disziplin. Nach der vernichtenden ersten Niederlage von Patrick wird jetzt die zweite Disziplin tanzen. Ja, ich glaube, eine vernichtende Liederlage für mich. Aber ich bin nicht sonderlich traurig, denn... Ja! Die nächste Disziplin wird entscheidend sein. Es ist Zeit für die dritte Disziplin. Die alles entscheidende Disziplin. Die, die über unser Schicksal entscheiden wird. Patty und ich in dem großen Kampf der mächtigen Götter. Es ist eine einfache Disziplin. Und zwar... ...und, die sind nicht zu ver sensorsendes. ...und, die sind auch nicht zu verhindern. ...und, die sind zu verhindern. Die sind vor allem Sie in seiner Sache. Ich bin keineren Schicksal. Sie sind keine armen. Das war klar, das war klar. Gut gespielt. Ein langer Tag geht so zu Ende, wie er enden müsste. Mit einer vernichtenden Niederlage in unserem tagesdauernden Battle. Patty hat versucht, mich im letzten Spiel widerrechtlich vom Surfbrett zu stoßen. Ich finde, das macht man nicht. Und es ist fair, dass er verloren hat. Und ich bin ein guter Sieger, ein fairer Sieger und ein ehrenvoller Sieger. Patty, was sagst du zu deiner Niederlage? Tja, unverdient. Eindeutig unverdient. Und es gibt bald eine Revanche.